Klingelt endlich dieses verflixte Telefon. Ich erwarte nämlich einen überaus wichtigen Anruf von Bert. Nun komm schon endlich, Telefon und Klingel. Kann ich mal dein Telefon benutzen, Ernie? Ich muss mal telefonieren. Tut mir leid, Krümel, aber das geht nicht. Ich erwarte nämlich einen sehr wichtigen Anruf. Wenn du ein bisschen später wiederkommst, darfst du dann gern telefonieren. Aber ich muss doch meine Mami anrufen. Was, deine Mami? Ja, und ich werde dein Telefon auch nur ganz kurz benutzen. Wirklich? Du machst es kurz? Wirklich ganz kurz. Na gut, aber nur weil es deine Mami ist. Telefonieren. Aber du hast es versprochen, ganz kurz. Ja, hab ich versprochen. Na gut. Ganz kurz. Naja, ich erwarte nämlich gerade einen überaus wichtigen Anruf, versteht ihr? Also beeil dich. Hier bin ich. Hallo Mami. Hier ist dein Liebling. Liebling? Ja, ich freue mich auch, deine Stimme zu hören. Ja. Wie geht es dir denn? Aha. Aha. Ach, wirklich? So. Aha. Aha. Mach es ganz kurz. Nein, sowas. Ja, in der Schule, in der Schule ist es heute besonders schön gewesen, Mami. Ja, klar. Ja, wir haben heute Zeigen und Erzählen gehabt. Ja. Ja, jeder musste eine Sache mitbringen und dann mussten wir darüber erzählen. Ja. Oh, einer hat eine Dose voll leckerer Kekse mitgebracht und ein anderer hat ein Tischtennisball mitgebracht. Und einer hat ein Gummiring zum Aufblasen mitgebracht. Einer hatte einen niedrigen, vollgefressenen Goldabzeiter dabei, der Paul Willi Herbert hieß. Ja? Und einer hatte prima neue Buntstifte. Ganz kurz, ganz kurz will er nur sprechen, hat er mir vorher versprochen. Und einer eine Konservendose mit Würstchen. Kann man mal sehen, wie er seine Versprechen hält. Du, hör mal, Freundchen. Einer hatte einen ausgestopften Salamander und einer hatte eine Blechbüchse mit... Was sagst du, Mami? Er wollte doch nur ganz kurz anrufen. Ist das wahr? Ach so. Ja, und nach der Schule, Mami. Kannst du raten, was ich nach der Schule gemacht habe? Ja. Ist denn das zu fassen? Da sind wir nämlich auf den Spielplatz gegangen und da haben wir Seilspringen gemacht. Auch das so. Warten mal, wer gewonnen hat, Mami. Oh, Mami, du kannst ja so stolz sein. Ich weiß nicht. Ja. Ja, ich, dein kleiner Liebling hat gewonnen, Mami. Ja, hat gewonnen. Die anderen haben nicht lange durchgehalten und sind nur sehr kurze Zeit über das Seil gesprungen. Du, hör mal, da wir gerade über kurze Zeit sprechen. Hey, hör mal, ist dir eigentlich klar, wie lange du jetzt schon sprichst? Verstehst du? Eine lange Zeit. Ja, aber ja, ich bin eine sehr lange Zeit über das Seil gesprungen, Mami. Ja, und während ich gesprungen bin, haben die anderen alle drumherum gestanden und gezählt. Sie haben laut gezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, acht, neun, zehn, acht. Dann elfmal, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, viertausend, sechshundert und siebenunddreißig. Oh, das wird ein böses Ende gewesen. Viertausend, sechshundert und achtunddreißig. Woher soll jetzt noch Rettung kommen? Und nun rate mal, was dann passiert ist. Daneben gesprungen. Oh, hurra, dem Himmel sei Dank. Ja, das war es, was ich dir sagen wollte. Endlich. Und was hast du heute gemacht, Mami? Oh, ja. Und wie geht es meinem Bruder? Deinem Bruder, dem geht's prima. Jetzt leg bitte einen Keks auf und verschwink... Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Jetzt habe ich eine Idee. Wirklich? Ist nicht wahr. So etwas tut mein Bruder doch nicht. Hey, du, hör mal, wenn du jetzt auflegst, dann kriegst du von mir, dann kriegst du von mir einen Keks. Einen Keks? Ja, wenn du mit deiner Quatscherei aufhörst, kriegst du von mir einen Keks. Oh, Keks, Herr. Dann kriegst du von mir einen Keks. Bist du noch dran, Mami? Mein Bruder kann so etwas schicken. Nein, nein, nein. Ein Keks. Der hat doch voll mir versprochen. Und nun spricht er so lange. Und immer länger. Und immer länger. Bist du noch dran, Mami? Oh, ja, ich höre. Und weißt du was? Und immer länger. Und er spricht immer noch. Ja, ach so. Oh, na jedenfalls hat es mich sehr gefreut, mal eben mit dir sprechen zu können, Mami. Oh, eigentlich nichts Besonderes. Ich wollte nur kurz anrufen, um dir zu sagen. Hallo, Mami. Und nun sag ich dir noch. Und nun sag ich dir noch. Auf Wiedersehen, Mami. Dann ist gleich. Bist du dir eigentlich klar? Bist du dir darüber klar, dass dies das längste Telefongespräch aller Zeiten war? Ich dachte schon, du wirst nie mehr fertig mit dem Dings da. Bin ich auch noch nicht. Bist du noch nicht? Nein. Was ist denn? Ja. Aber was machst du denn da? Du. Ja, aber du, das ist doch. Ich erwarte doch aber ein sehr wichtiges Gespräch von Bert. Hörst du? Gib mir das. Gib das Telefon her. Da. Da ist der. Da kommt mein wichtiger Anruf. Nun komm schon, du haariges Monster, du. Los. Mach auf. Hallo. Hallo, Ernie. Bist du da, Ernie? Ja, ich bin's, Bert. Du musst sehr laut sprechen. Wir haben nämlich eine schlechte Verbindung. Hörst du da, wie ich dir. du sein muss? ich bin's um, KawB-9 Kom Welsh- routes.